Unzählige kleinere Bäume wurden an vielen Stellen entlang der Bundesstraße 213 zwischen Löhning und Kloppenburg gefällt. Es wurden Äste großer Bäume abgesägt, Buschwerk bis auf den Grund entfernt. Doch der Karschlag hat einen Sinn. Baumpflegearbeiten. Die niedersächsische Landesbehörde ist vom Bund angehalten, regelmäßig versetzt etwa alle 100 Meter junge Bäume und Strauchwerk auf den Stock zu setzen. Nichts mit Pflegearbeiten haben derweil Baumfällungen an der alten Friseuter Straße oder auch im Garillaweg zu tun, über die sich einige Kloppenburger derzeit beschweren. So erinnern nur noch Baumstümpfe und abgelegte Stämme an die einst stattlich stummen Riesen.